Willkommen zum heutigen Yoga Snack mit dem Fokus auf die Entspannung im unteren Rücken. Nur fünf Übungen, kurz, funktionell und wirksam. Wir starten heute im Liegen auf den Rücken. Füße matte breit auseinander und wir lassen die Knie zueinander fallen. Arme am Körper entspannen und wir drücken leicht unter den Rücken in die Matte, das Becken leicht umgeben, so dass die ganze Wirbelsäule auf der Matte ist. Die Arne Augen schließen, durch die Nase atmen. Spüre nur die Connection und den Rücken mit der Matte. Löschen drauf. Wir bringen jetzt auch die Niemöte breit auseinander, die Fersen bleiben immer so auf der Matte, Matte breit auseinander. Einatmen hier in der Mitte, unteren Rücken leicht in die Matte drücken und beim Ausatmen die Knie zur rechten Seite fallen lassen. Füße, Matte breit auseinander. Einatmen, Knie zurück in die Mitte, unteren Rücken in die Matte drücken. Ausatmen, Knie zur linken Seite fallen lassen. Einatmen, langsam Knie zurück in die Mitte, unteren Rücken in die Matte. Ausatmen, Knie zur rechten Seite fallen lassen. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, Knie zur linken Seite. Einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, Knie nach rechts. Einatmen, zur Mitte. Und ein letztes Mal Ausatmen, Knie nach links. Wir treffen uns in der Mitte und wir kommen in Katzenposition auf alle vier. Knie unter den Hüften, Hände unter den Schultern, Blick zwischen die Hände. Wir machen den Rücken ganz rund und wir verbinden hier Bewegung mit dem Atmen und wir rollen die Wirbelsäule immer von unten. Beim nächsten Einatmen, wir rollen die Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel. Brustbereich. Öffnen, Blick nach vorne. Hochkreuz. Und beim Ausatmen, wieder von unten, unteren Rücken rund machen. Oberen Rücken rund machen. Kopf zwischen den Schultern entspannen, Katzenmucke. Einatmen, von unten die Wirbelsäule rollen. Brustbereich öffnen. Schulterblätter zueinander, Blick nach vorne. Und beim Ausatmen, Rücken ganz rund machen, von unten nach oben. Ein paar Mal so. Jetzt auch immer von unten nach oben. Ein letztes Mal einatmen. Hochkreuz. Ausatmen, Rücken ganz rund machen. Anja kommt in entspannte Vorbeuge. Füße hüftbreit oder mehr auseinander. Knie gerne locker. Den Oberkörper ganz hängen lassen. Kopf hängen lassen. Wir ergreifen den Bogen. Und wir schauen hier mit dem Oberkörper sanft von Seite zu Seite. Intuitive Bewegung. Was dir gerade gut tut. Wir bleiben in der Mitte. Arme zum Boden entspannen. Unsere letzte Position. Stellung des Kindes. Auf die Knie. Füße zueinander. Knie gerne weit auseinander. Wir setzen uns auf die Fersen. Die Sternen. Auf die Unterarme. Oder auf die Matte entspannen. Schrei. Töner. Schrei. Guck mal zum Boden. Schrei. Langsam Rücken ganz so rund machen. Wirbel, wirbel, wirbel. Die Wirbelsäule auch. und zum sitzen kommen. Das war's heute. Falls du mehr Zeit und Lust hast auf einen ganzen Flow mit dem Fokus auf unteren Nerven, dann empfehle ich dieses Video.